Der School in diesem fetten Schulranzen ist für normal gebaute Grundschulkinder geeignet. Der Deckel lässt sich über einen einfach zu bedienenden Magnetschloss weit öffnen. Das große Hauptfach besitzt am Rücken ein Schwerlastfach für Bücher. Ein Stundenplanfach im Deckel wertet das im Leben auf. Die Vortasche mit Reißverschluss ist perfekt für den Transport einer Kurzzeitbox geeignet. Zwei Reißverschlussseitentaschen mit Ablauföffnung bieten Platz für Klingflaschen bis zu 0,6 Liter oder z.B. einen Regenschirm. Das Modell DC-Fit von Schoolie hat ein ergonomisches, gepolstertes Rücken-System. Für den bequemen Sitz sorgen auch die Lagekontrollbeamend, der höhenverstellbare Brustgurt und der separat erhältliche abnehmbare Hüftgurt. Zu den weiteren Pluspunkten vom Schulranzen gehören sein stabiler Boden, der abnehmbare Schlüsselanhänger, die Aufhängeschraufel mit gepolsterten Wagengriff. Für die Sicherheit im Straßenverkehr sorgen die retroreflektierten Flächen. Der Schulranzen ist wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht. Wir empfehlen bei Regen- oder Schneefall eine Regenhaube zu nutzen. Dem Schoolie Easy Fit gibt es aktuell in ein paar Motiven auch in der DIN 58 1.24 Variante. Die Glow Edition der Schoolie Easy Fit ist DIN 58 1.24 komfort. Der Schulranzen sorgt für die komplizierenden und retroreflektierten Flächen für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Weiter ist er mit wechselbaren Motiven, den Patches und Anhängern ausgestattet. Für weitere Informationen zum Schoolie Easy Fit besuche wir unseren Shop, den Link findest du oben in der Infokarte. Hast du bereits eigene Erfahrungen mit dem Schulranzenmodell Easy Fit von Schoolie gemacht? Dann würden wir uns über deine Kommentare sehr freuen. Danke fürs Reinklicken und bis bald! Abonniere unseren Southback-Channel, wenn du es noch nicht getan hast und like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Hier unten kannst du uns direkt in unserem Schulranzen-Onlineshop besuchen oder noch eines unserer Videos ansehen. Bis bald! 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 Bis bald!